Mank, ich bin Orson Welles. Selbstverständlich. Ich denke, wir müssen uns unterhalten. Bereit und gewillt, den großen weißen Wal zu jagen? Nennen Sie mich ruhig Ahab. Erzähl die Geschichte, die du kennst. Wie ich hörte, jagst du äußerst gefährliches Wild. Das hier ist was anderes. Hier geht es wirklich um etwas. Ich hab dein selbstmörderisches Trinken ertragen, dein zwanghaftes Spielen und deine dusseligen platonischen Affären. Ich habe Ihnen eine zweite Chance gegeben. Wie Reichtum und Macht einem Mann zerschmetternd. Glaubst du, ich erteile dir die Absolution für deinen persönlichen Verrat? Du hast dich selbst zum Hofnarren gemacht. Niemand, aber auch wirklich niemand lacht so affig über William Randolph Hearst. Wenn du einen Streit mit Willy vom Zaun brichst, bist du erledigt. Mank. Mr. Mankiewicz.